Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. In diesem System hier hat sich das Wunder vollzogen. Das ist der ehemals tote Planet, den wir jetzt Baulko nur im Moment nennen. Und der ist jetzt grün und prächtig und wunderbar und fruchtbar. Drumherum fliegt immer noch diese kaputte Raumstation. Das wäre natürlich noch cool, wenn man auch die irgendwie reparieren könnte. Aber ich glaube, das ist nicht möglich. Die ist unwiderrufbar zerstört. Wir sind in der letzten Folge dieser Staffel und das bedeutet, dass wir am Ende der Staffel, dass ich da wieder zur Debatte ausrufe. Ich werde auch erstmal eine Reihe von Dingen ansprechen, die auf jeden Fall diskutiert werden müssen. Und ich werde auch nochmal diplomatisch die wichtigsten Reiche zeigen, falls das für eure Diskussion noch von Bedeutung ist. Ansonsten werden wir erstmal in gewohnter Weise weitermachen und gucken mal ganz kurz hier, was mit Elektra ist, wo wir da was erkundet haben. Ah, okay, alles klar. So, das heißt, ja, wo erkunden wir jetzt eigentlich weiter? Haben wir noch gar nicht bestimmt, ne? Wartet mal, ihr seid dort? Ja, nee. Dann ist es egal. Wir werden mal diesen Zweig hier erstmal weiterfliegen. Und dann schauen wir mal, was dann passiert. So, ihr seid auf dem langen Weg hier nach Dwumgar, um die flüchtigen Teilchen endlich abbauen zu können. Während hier die Sargan dabei sind, die heimtückischen Sniran einzufangen für unser Alien-Projekt. So, was haben wir hier? Rivalität. Die Forschungsbäume haben das Jurinsyndikat zum Rivalen erklärt. Ja, die Spannungen nehmen hier zu. Wir hatten gerade letztens eine Abnahme oder ein Ende der Rivalität, aber jetzt hat das, glaube ich, wieder angefangen, ne? War das nicht gerade die beiden? Die Forschungsbäume haben ein Abkommen mit dem Reich der Kultur gebrochen. Das Forschungsabkommen? Okay. Dabei dachte ich doch, die wären gerade auf dem Weg der Annäherung. Hm, dem scheint nicht so zu sein. Tom Gibson hat was entdeckt im RERC-System. Hier sind wir jetzt gerade. Und zwar was? Lebenszeichen. Auf den ersten Blick scheint Leben auf diesem Planeten nicht möglich. Aber unterhalb der gefrorenen Oberfläche haben wir trotzdem Lebenszeichen entdeckt. Dann werden wir das erleben. Und was haben wir hier? Ah, die Reliktaktivierung ist wieder verfügbar. Ich mache es aus bekannten Gründen, wenn wir die 150 Aktivierungskosten haben, auch sofort. Damit die 10 Jahre dann relativ schnell wieder vorbei sind. Das ist ja der Punkt. Können wir nur einmal in 10 Jahren nutzen. Und umso früher wir das aktivieren, umso besser. Was haben wir denn hier? Wir haben in Baul-Kronua zu wenig Wohnungen. Aber das ändert sich gleich. Da habe ich, glaube ich, das Richtige in Auftrag gegeben. Jaja. Das Problem löst sich. Die sind ja halt so plötzlich gekommen, die Nubaul. Für die Bäume müssen wir erstmal Wohnungen bauen, Leute. So. Okay, okay, okay. Anomalie haben wir uns angeguckt. Wirtschaftspakt ist auch noch gebrochen. Da gibt es irgendwie Spannung zwischen den beiden. Was ist da los? Wir können uns mal das auf dem Meinungskartensystem angucken. Warum haben die Probleme? Rivalisiert mit Verbündetem. Die Forschungsbäume. Was haben die denn für einen Bündnispartner? Hm, Weltenbaum. Verstehe ich jetzt nicht. Wir gucken mal ganz kurz. Oder haben die... Warte mal, die haben einen Waffenstillstand. Defensivabkommen. Handelsabkommen. Hm. Ach so. Die haben ein Defensivabkommen mit den Jurinnen. Jetzt verstehe ich. Und während die Forschungsbäume, die rivalisieren seit kurzem. Und deswegen mögen sie die Keytour nicht mehr, weil die eben miteinander irgendwie etwas verbündet sind. Das heißt, meine Hoffnung auf hier so eine Querfront, eine freundliche Querfront, die könnte sein, dass sich die demnächst wieder zerschlägt oder gleich wieder zerschlägt. Naja, mal sehen. Mal schauen soweit. Genau, wir werden jetzt nicht weiter expandieren, weil wir das brauchen. Und es sind erneut Flüchtlinge ankommen. Auf Chirni. Ach nee, nicht. Auf Terralux und auf New Terra. Da wird es jetzt echt langsam knapp hier. Ah, wir haben jetzt das neue Gebäude. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist sogar... Da werde ich jetzt auch gleich das Gebäude... ...bauen. Den neuen Gebäudeplatz haben wir. Das wollte ich sagen. Wir können zwar hier verbessern auf dieses tolle Hauptstadt-Ding. Aber wir brauchen jetzt Spezialistenplätze dringend. Und hier war klar von euch eine Priorität Forschung. Das werde ich auch als nächstes dann mal installieren. Und dann haben wir wieder zwei Spezialistenplätze. Dann sollte das Thema hier auch geklärt sein. Und wir sind auf Terralux. Ne, wo waren jetzt zwei angekommen? Kommen wir auf Terra Nova? Ah, der Außenposten wird hier gerade gebaut. Ähm. Warte mal. Ne. Terralux sind die angekommen. Da haben wir sie. Da. Ach, die mischen sich jetzt auch hier munter. Mal kommen die dort und dorthin. Okay, verstehe. Gut. Auch hier haben wir einen Spezialisten, der keine Arbeit findet. Ähm. Das können wir aber jetzt im Moment leider nicht ändern. Weil wir hier keinen freien Slot haben. Acht. Ah, dauert nicht mehr lange. Dann haben wir unsere Zehn. Dann geht's. So lange werde ich, glaube ich, noch ein Distrikt bauen. Eigentlich wäre es mal wieder eine Zeit, ein Generatordistrikt zu bauen. Aber diese blöde, diese blöde Geschichte hier ist mir so teuer mit den tausend. Aber wisst ihr was? Ich werde jetzt mal einen Blocker entfernen hier für Generatordistrikte. Nämlich diese sechs. Das lohnt sich schon richtig. Einmal tausend ausgeben. Die überflüteten Reaktorgraben wegbringen. Und wir haben sechs Generatordistrikte frei. Hauen wir das raus. Okay. Gut. Und dann bauen wir nämlich den Generatordistrikt dort. Ozean unter dem Eis. Tiefenscans von RAC4 haben unter dem Eismantel, der die Oberfläche bedeckt, einen großen Ozean aufgespürt, der über hydrothermische Öffnungen erwärmt wird. Wissenschaftsoffizier Tom Gibson startete Sonden der ISIS-Explorer, die sich durch eine kilometerdicke Eisschicht bohrten und darunter wasservolle Leben vorfanden. Für eine gründliche Studie der vielen einzigartigen Lebensformen, die in diesem Ozean leben, benötigen wir zusätzliche Ressourcen. Und es gibt ein Spezialprojekt, das aber vor Ort hier machbar ist. So, was war das? Steuerungsschiff, um das vorwegzunehmen? Boah, großartig. Steuerungsschiff ist großartig. Gut. Da können wir gespannt sein, was das bringt. Die Zojona hat im Moment nichts zu tun. Ah, ja. Genau, sie ist jetzt dort angekommen und hier geht es nicht weiter. Das hätte ich vermutlich auch vorher sehen können. Da geht's weiter. Hä? Von dort aus geht's weiter. Ah, da hätte ich aufpassen müssen. Das hätte man sehen können. Ah, dann fliegt erst mal hier hinten. Bevor wir weiter das untersuchen. Gut. So. Hier wird gerade die Schiffsverbesserung durchgeführt. Deswegen ging die Legierung jetzt runter. Konstruktion kompliziert. Und was haben wir hier gebaut? In Terra Nova. Special Project kompliziert. Haben wir gebaut. Ich muss mir das kurz angucken. Ähm, ist jetzt als Industriewelt klassifiziert. Wir haben irgendeinen Sektor ausgebaut. Hm, ich weiß es gar nicht. Egal. Wir haben ein Gebäudeplatz frei. Ah, ich weiß. Wir haben den planetaren Außenposten aufgelevelt. Dass wir jetzt hier, das war der Plan, dass wir jetzt hier Forschungslabore bauen können. Und das ziehen wir auch durch. Ähm, warum hat er das selbst zur Industriewelt gemacht? Koloniebestimmung wird automatisch ausgewählt. Deshalb. Da bin ich jetzt gar nicht. Wartet mal. Baugeschwindigkeit, Fabriken, Unterhalt, Handwerker. Finde ich merkwürdig, dass er das automatisch ausgewählt hat. Das ist jetzt gar nicht das Thema eigentlich. Es kann offenbar keine Kolonie mehr sein, weil wir zehn Bevölkerungen haben. Das ist der Grund, weil wir die planetare Hauptstadt definiert haben. Ah, okay. Das ist die Frage, ob wir das eigentlich der Abstimmung überlassen sollen. Ich glaube, das ist eher so Verwaltungstechnik. Wir machen, kann man das eigentlich jederzeit ändern? Wir machen ja gerade hier, bauen wir Forschungslabore. Deswegen würde ich jetzt das als Tech-Welt erst mal bestimmen. Und wir haben die Sniran gefangen. Sniraner sind große, im Boden wühlende Kreaturen, die unterhalb der Dünen der riesigen Äquatorialwüsten auf Xia 4a leben. Wenn diese Raubtiere Bewegung im Sand über ihnen spüren, lassen sie in der Hoffnung etwas Essbares zu erwischen. Augenblicklich Dutzende von langen Dornen aus ihren Rücken schießen. Das Auffinden eines geeigneten Exemplars gestaltete sich anfangs als schwierig, bis hunderte ferngesteuerte Suchdrohnen nach dem Zufallsprinzip die Wüste durchstreiften. Dies führte zu Entdeckungen und Gefangennahmen eines ungewöhnlich großen Exemplars, das mehr als 100 Dornen auf seinem Rücken trug. Sehr schön. Schöne Sozialforschung und ein weiteres Alien haben wir gefangen. So, jetzt müssen wir uns überlegen, was machen wir hiermit? Eigentlich, hatte ich gesagt, wir wollen hier Archäologie betreiben. Jetzt ist es ein bisschen blöd, weil wir den Einfluss sparen wollten für die Aktivierung des Artefaktes. Aber ich werde ihn trotzdem erstmal dahin bewegen. Er wird dann einfach dort warten, bis es soweit ist, würde ich sagen. Okay. Hortensia ist damit auch auf Stufe 7 gekommen. Sie ist, glaube ich, schon irgendwie über 70. Ich hoffe, sie hält noch so lange durch, bis diese archäologische Städte wieder frei ist. So wichtig ist jetzt, genau, das ist jetzt wichtig. Im Baukron nur ist jetzt hier der Landwirtschaftsdistrikt gebaut worden. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Und wisst ihr, was ich jetzt hier bauen werde? Ich werde jetzt hier eine Legierungsgießerei bauen, weil wir Forschungsstätten sowieso noch nicht bauen können. Können wir erst, wenn hier 10 sind, beziehungsweise wenn wir hier einen planetaren Außenposten haben. Und weil wir sagten, Legierung ist ja noch wichtig für uns, war ja Priorität, werde ich hier die nächste Gießerei bauen. Mit Mineralien sieht es ja sowieso ganz gut aus im Moment. Okay, was haben wir jetzt? Ganz interessant. Wir haben jetzt, ah, sehr schön, Forschung, Weltraumgefecht abgeschlossen. Wir haben ein höheres Befehlslimit. Die allmähliche Anpassung an die Realitäten des Weltraumkampfs ermöglicht es uns, größere Manöver effizienter zu koordinieren. Sehr schön. Verdammt, wisst ihr was? Ich habe es gerade verwechselt mit Flottenkapazität. Fällt mir gerade auf, das Befehlslimit. Haha. Klassischer Fehler. Ist aber nicht so dramatisch, weil wir jetzt das nämlich wählen können. Möglicherweise war das sogar fast die Voraussetzung dafür. Bewohnbarkeit 5% brauchen wir eigentlich gar nicht, weil wir ja hier drei Gaia-Welten haben und immer mehr bekommen werden. Das ist interessant. Aber wie zu Recht darauf hingewiesen wurde, kommt unsere Forschung vor allem von den Stationen, gar nicht von den Forschern, auch wenn sich das langsam ändern wird. Ich denke, um jetzt das eigentlich Geplante mal endlich umzusetzen, kommt jetzt die Flottenunterstützung, womit sich die Flottenkapazität erhöht. Ja, 50%. Das sollte hoffentlich dann auch nicht allzu lange dauern. Ja, genau. Hier Legierungsgießerei. Dann haben wir hier eigentlich auch keine Arbeitslosigkeit mehr. Müssen wir allerdings hinterher dann gleich nochmal weiterbauen. Schiff-Upgrades sind jetzt vollzogen. Theoretisch müsste man jetzt eigentlich wieder zurückfliegen, um den reduzierten Unterhalt zu bekommen in Barnard Star. Also ich gebe es jetzt überhaupt gar keine Gefahr dort. Die Frage ist, ob es nicht doch klug ist auf der Werft. Ah Quatsch, wo ist die Werft? Hier ist die Werft. Ob man nicht hier doch, also hier, nicht doch die Besatzungsquartiere auch macht. Weil man hier doch vermutlich häufiger mal Flotten liegen hat. Ich würde sagen, ja. Ich glaube, das ist praktisch. Und im Moment gibt es keine akute Kriegsgefahr hier an dieser Front. Deswegen lassen wir die Flotte auch dort liegen im Moment. So, alle Schiffe haben zu tun. Das ist erfreulich. Okay, hier warte ich auf den... Ja, es ist so ein bisschen... Schwierige Abwägung. Eigentlich wollten wir hier... Hier ja nach Hytara gehen, um das, die archäologische Städte zu machen. Andererseits finde ich es auch wichtig, dass wir möglich das Artefakt bald wieder aktivieren. Ach, das ist so eine Sache. Spezialprojekt ist abgeschlossen. Wissenschaftler Tom Gibson ist von der Expedition zurückgekehrt, die die reichhaltige Biosphäre in den Meeren unter dem Eismantel von REAC-4 untersucht hat. Mehrere große Spezies wurden dabei in den unteren Regionen des globalen Meeres gefunden, die in ein einzigartiges organisches Molekül mit immenser Heilkraft besitzen. Wenn dieses Molekül erfolgreich in großen Mengen gehärntet werden könnte, könnte es das Feld der Medizin revolutionieren und sogar Anwendung in der Industrie haben. Neue Forschungsoptionen lebendes Metall und 250 Sozialforschung. Wow. Was haben wir hier? Gesundheitskampagne ist abgelaufen. Das ist Wachstumsgeschwindigkeit. Wir haben nur noch 1500, weil ich diese Geschichte gemacht habe. Wir haben ja eh bald die Abstimmung, deswegen lasse ich das nochmal offen. Grunium ist erkundet hier unten. Nichts Spektakuläres. Tja. Hier haben wir jetzt... Ach, es ist so verlockend, jetzt nach Hyphara weiterzugehen, um diese archäologische Städte zu machen. Andererseits... Nein, ich habe es schon erzählt. Oh! Was ist hier? Weltraumstation der Mutagenen Merchant. Wir haben eine neue... Wir haben eine neue Handelsgilde. Und wir bekommen... ...nen neuen Einfluss durch die Sache. Das ist natürlich gut mit dem Einfluss. Okay, Erstkontakt. Ein wahrlich gutes Treffen. Ich repräsentiere die Mutagenen-Kaufmannsgilde. Lasst mich der Erste sein, der euch im Bralex-System willkommen heißt. Wo ist denn das? Das ist vermutlich hier bei unserem Schiff. Oder wo hast du die gefunden? Hm. Oder im Norden? Keine Ahnung. Müssen wir nachher nochmal gucken. Also... Bralix. Unsere Organisation besteht aus Hunderten. Das kennen wir schon. Wahrlich gutes Treffen. Wo ist ein Bralix? Ne Hilfe wollte ich nicht. Sondern ich wollte die Suche öffnen. Aha. Warum ist das jetzt uns erst bekannt geworden? Merkwürdig. So, was haben die denn? Für Ressourcen. Nun mal so zum Gucken. Seltene Kristalle. Die haben wir auch in Reichweite. Insofern auch jetzt nicht für uns unbedingt existenziell wichtig. Was ich langsam sehe... Wir müssen uns vielleicht auch mal an die Konsumgüter machen. In einem... Auf einem der... Der Planeten. Oh. Irgendwas Feindliches entdeckt worden. Hier... Schon wieder Weltraumwolken. Hier... Oh. Und zwar richtig... Große. Ein großer Schwarm. Und wir haben hier einen zerstörten Ring, den wir hier finden. Das bewachen die. Die Frage ist... Gut, sie hauen ab. Dann werden wir uns dort auch nicht weiter aufhalten. Auf jeden Fall ein hochinteressantes System, das noch sehr lukrativ sein könnte. Allerdings sind diese Weltraumwolken noch extrem zu stark für uns. Das heißt, wir werden hier hinten erstmal die Systeme erkunden. Okay. Hier können wir übrigens tatsächlich auch noch so eine Künstlertruppe in unser Reich aufnehmen. Dann hätten wir schon zwei. Aber das ist noch weit entfernt, wie das soweit ist. So, die Sternenbasis ist gebaut. Wir haben, wie gesagt, jetzt die 150 zusammen. Ich mache es jetzt. Ich aktiviere es wieder. Einfach, damit der Timer runterläuft, ne? Ihr versteht. Und wir haben ja dann bald die nächsten für Hütara. Das ist, glaube ich, schon okay. Wir sind hier. Das heißt, wir werden erstmal die Bergbaustation anschließen. Ihr seid dabei, endlich die flüchtigen Teilchen ranzuholen. Das ist gut. Was haben wir jetzt gerade gebaut? Terralux. Haben wir... Ach, der Blocker ist weg. Gut, dann kommt jetzt hier der Generator. Der Rest trägt. Auch wenn uns der keine Spezialistenjobs bringt. Egal. Plus acht. Da kann man durchaus mal was machen. Würde ich mal sagen. Und erneut kommen Flüchtlinge. Keptaran 4. Das ist wahrscheinlich die Herkunft. Jetzt wissen wir zum ersten Mal die Herkunft. Keptaran. Was ist denn da los? Wo finden wir das? Komm, das suchen wir auch mal. Das wollen wir uns mal angucken. Wo die jetzt eigentlich herkommen. Keptaran. Hier. Ach, da ist es. Was ist denn da los? Ja, die verdrängen die, ne? Ja, leider sieht man hier nicht so viel. Hm. Tote Welten. Die haben dort gelebt. Und die verdrängen die. Vermutlich ist das, was da vorgeht. Ja gut. Aber sie kommen zu uns. Was von der Sache her erstmal sehr, sehr erfreulich ist. Gut. Müssen wir bloß halt die Infrastruktur. Wir kommen gar nicht so richtig hinterher, diese Infrastrukturen nachzubauen. Sie sind in Wymos. Da haben wir aber die Forschungslabore. New Terra baut auch gerade. Eigentlich wird überall gebaut. Wir kommen schon überall hinterher. Das ist schon so. Nächste Anomalie ist hier Tom Gibson. Bewaffnetes Schiff. Vorläufige Scans weisen darauf hin, dass sich ein schwer bewaffnetes Schiff im Orbit des Asteroiden auffällt. Wir lägen klug daran, Vorsicht weiten zu lassen. Ja. Dann lass mal Vorsicht weiten. Und prüfe mal die Sache. Okay, liebe Leute. Huh. Wahnsinnig viel los. Im Moment. Wahnsinnig viel los. So, was hat die Sternenbasis gebaut? Bin mir gar nicht so sicher. Ach, haben die da noch ein Schiff gebaut? Möglicherweise hatte das Upgraden irgendwas aufgehalten? Ich weiß es nicht. Gut, Leute. Wir machen an dieser Stelle jetzt wie gewohnt Schluss mit der Staffel. Und jetzt geht es darum, dass ihr wieder in den Kommentaren eure Vorschläge machen könnt. Ich werde jetzt mal nochmal uns diplomatisch angucken, was hier mit unseren Nachbarn los ist. Die Ketur. Mit denen könnten wir den Wirtschaftspakt schließen. Forschungsabkommen wäre möglich. Defensivabkommen gerade so nicht. Aber das kann sich mit der Zeit ändern. Das ist aber eine heikle Sache. Das muss diskutiert werden. Sie sind freundlich uns gegenüber und komplett ebenbürtig. Die Forschungsbäume. Das Vertrauen steigt. Plus 93. Defensivabkommen ist weit entfernt. Das wird nicht möglich sein. Alles andere. Naja, Forschungsabkommen ist vielleicht im Rahmen. Und auch Migrationsabkommen ist möglich. Aber da haben wir uns ja schon positiv zu geäußert. Wir gucken hier nochmal rein bei denen. Die sind ja auch noch relativ nah bei. Nein, minus 190. Ganz klar. Überlegen und unfreundlich. Hier oben. Die haben wir alle rivalisiert. Da wird es jetzt auch keine großen Überraschungen geben. Dann haben wir das Jorin-Syndikat. Wie ist da so die allgemeine Haltung zu uns? Null. Wegen beiderseitiger Rivalen. Die führen gerade ihren Krieg. Wie steht es da eigentlich bei dem Krieg? Die Angreifer. Wer greift hier eigentlich wen an? Die Jorin greifen an. Und sie scheinen auch zu gewinnen. Gegen die wilden Stämme der Orks. Das ist nochmal eine wichtige Information, denke ich. Wobei ich jetzt noch nicht sehe, dass sie hier irgendwie groß was erobert hätten. Aber die Flottenkämpfe scheinen sie dann gewonnen zu haben. Wir gucken bei den Orks vorbei. Ja. Wie hat sich jetzt nicht viel Neues getan? Und bei dem Schwarm. Die sind sowieso eine Sache für sich. Mit denen kann man eh nicht viel anfangen. Okay. Gut, liebe Leute. Das ist die diplomatische Lage. So, jetzt was sind Punkte, die wir unbedingt klären müssen? Erstens. Wir haben jetzt sehr, sehr viel Expansionsmöglichkeiten. Ich will einfach nochmal das Thema Reichsausbreitung thematisieren. Wir sind jetzt bei 78. Limit ist im Moment 60. Technologie kosten plus 5%. Das ist alles kein Problem. Die Frage ist, wollen wir jetzt wirklich alles, was wir können, uns ausbreiten? Oder sagt ihr, es gibt irgendein gewisses Limit, über dem wir stehen bleiben wollen? Also bei dem wir stehen bleiben wollen. Also was wir überschreiten. Das Limit über dem Limit sozusagen. Da bin ich einfach mal an eurer Meinung interessiert. Wie weit man das jetzt hier ausnutzen sollte. Ob das, was man hier bekommt, das wirklich kompensiert. Technologie ist ja vor allem da. So ein Punkt hier zum Beispiel sehe ich, diese drei Systeme bringen gar keine Technologie. Hier hin wieder drei und so weiter. Das ist schon so eine Sache. Hier ist relativ viel Technologie da. Mal gucken. Dann ist jetzt die Frage, und das ist ein ganz spannendes Thema. Wie machen wir das jetzt mit der Kolonisierung weiter? Denn es ist so, dass wir theoretisch jetzt quasi überall kolonisieren können plötzlich. Weil wir die Chirni und die Piorin haben, die mit ihrem Tote-Welt-Anpassung überall eine Mindest-Anpassung von 60 Prozent haben. Das heißt plötzlich, können wir mit denen sämtliche Planeten hier in unserem Gebiet kolonisieren. Die Frage ist, wollen wir das machen? Das würde einen massiven Einsatz dann unserer Legierungen erfordern, um diese Technologie-Schiffe mit der Zeit zu bauen. Also soll das ein Schwerpunkt werden? Das ist eine heiße Diskussion, die wir führen müssen. Dann das Thema Diplomatie. Wie gehen wir damit um? Was soll hier der Plan sein? Da müsst ihr mal Vorschläge machen. Dann ist die Frage, wie weit wollen wir eigentlich jetzt hier im Norden gehen? Mein Plan ist ja bis Ejok, vielleicht bis Volaeos. Es sieht aber so aus, als ob uns hier überhaupt niemand stört. Auch hier spielt das Thema Reichsausbreitung wieder eine Rolle. Dann, und das ist natürlich jetzt ganz wichtig, was soll unsere nächste Tradition sein? Ich werde jetzt nicht alles erklären. Hier bitte ich einfach diejenigen, die das Spiel kennen, Vorschläge zu machen. Für die, die das nicht kennen, für die werde ich dann während der Abstimmungsfolge nochmal kurz skizzieren, was ihr da abstimmt. Vorschläge bitte nur von denen, die wissen, was sie vorschlagen. Ja, fünf stehen zur Auswahl, aber wir werden die erstmal voll machen. Dann nächstes Thema, Aufstiegsvorteile. Ja, wenn wir das voll haben, wohin wollen wir gehen? Auch hier scrolle ich nur einmal durch und auch hier nur eine Bitte an die, die sich auskennen, welchen Vorteil wollen wir nehmen? Wenn wir dann mehrere zur Auswahl haben, werde ich das dann nochmal erklären. So, dann, kleinere Frage, soll Baol Grunur, soll das Baol Grunur bleiben? Also soll das so heißen oder wollen wir einen anderen Namen wählen? Ja, ich glaube, das ist es. Ich habe mir hier noch ein Stichwort gemacht. Basis? Aber ich weiß nicht, was ich damit sage. Ach so, ja, genau. Wir haben eine neue Sternenbasis, die wir bauen könnten. Es ist ja eigentlich jetzt logisch, das hier an dieser Grenze zu machen. Das ist ja, könnte eine heiße Grenze werden. Und jetzt ist nämlich die Frage, wie gehen wir mit den Drohnen um? Man könnte sagen, wir schicken unsere Flotte hier runter und bekämpfen die Drohnen. Die haben eine Angriffskraft von 905, die sollten wir jetzt besiegen können. Und dann könnten wir dieses System uns schnappen und hier die Basis bauen. Oder wir sagen, wir lassen dieses System und bauen hier die Basis. Das müsste auch nochmal wieder diskutiert werden. Okay, ihr seht, ganz viele, viele Punkte sind zu besprechen. Ihr habt bestimmt auch noch einige Sachen, die jetzt nochmal neu in Frage kommen. Ich habe auch noch so ein paar Geschichten, die wir dann bei der Abstimmung reinbringen. Die braucht man jetzt nicht irgendwie diskutieren. Das sind nur Ja-Nein-Fragen. Ja, also die Sitzungen werden, glaube ich, immer komplexer und größer. Ich bin gespannt, was ihr auf der Pfanne habt. Ich kann jetzt in diesem Moment der Aufnahme noch nicht hundertprozentig sagen, was die Deadline ist für die Debatte. Aber ich werde sie mindestens zwei Tage laufen lassen. Da bin ich mir sicher. Und ja, dann kommt das Abstimmungsvideo. Bis dahin macht's gut. Euer Steinballen.